Dreierkombination. Für diese Passübung benötigen wir einen Hütchenstern und drei Spieler. Der Abstand zwischen den Hütchen sollte ungefähr 5 Meter betragen. Der erste Spieler dribbelt auf den Spieler vor sich zu und umspielt ihn mit der Übersteigerfinte. Gleich danach wendet er mit der Sohlenwände um das Hütchen. Jetzt spielen die beiden einen Doppelpass. Gleich im Anschluss geht es im Tempo zum nächsten Hütchen. Hier führt der Spieler eine Schussfinte durch und spielt wiederum einen Doppelpass. Danach spielt er den oberen Spieler an. Nun spielt der zentrale Spieler mit dem oberen einen Doppelpass, während der dritte auf das mittlere Hütchen wechselt. Das Spiel beginnt von neuem. Sobald die Jungs den Ablauf beherrschen, können sie gegen eine benachbarte Gruppe im Wettkampf antreten. ab und dann zum nächsten Mal. Sobald die Jungs den Ablauf beherrschen. Variante Nun verändern wir die Laufrichtung und die einzelnen Finden. Zuerst führt der Spieler einen springenden Übersteiger durch. Dann wendet er per Sohlenwände mit links. Am letzten Hütchen führt er den Trick abkappen durch und spielt den Doppelpass. Bis zum nächsten Mal.